Um zur Programmier-Ebene zu gelangen, drücken Sie die Tasten Next und Pfeil nach unten gleichzeitig und halten diese fest. Wahl der Betriebsart, entweder Softening oder Filtering, also Enthertungsanlage oder Filteranlage. Softening ist hier also richtig. Wieder Next und Pfeil nach unten gedrückt halten. Wahl der Ventilgröße, alle Standardanlagen haben ein 1 Zoll großes Ventil. Mit der Taste Next gelangt man im Programmiermenü immer zum nächsten Schritt. Messeinheit der Wasserhärte, Grad deutscher Härte. Wahl des ersten Regenerationsschritts. Backwash, Rückspülen. Wahl des zweiten Regenerationsschritts. Die Endbrine bzw. Downbrine als Gleichstromsalzung. Drei ist Rinse, also Spülen. Der vierte Schritt ist Fill, also Füllen. Und der fünfte und letzte Regenerationsschritt muss immer Ende sein. Low DC bleibt auf Off. Als nächstes erneut Next und Pfeil nach unten gleichzeitig drücken und festhalten. Dann nur Next drücken. Jetzt können die Zeiten für die einzelnen Regenerationsschritte eingestellt werden. Das Füllen wird in Kilogramm angegeben. Das heißt, wenn ich hier 2,40 Kilogramm einstelle, löst die Anlage für jede Regeneration 2,40 Kilogramm Salz. Grundkapazität der Anlage bedeutet Enthärtekapazität bei Rohwasser 1 Grad deutsche Härte. In dem Fall 60 Kubikmeter. Kalkulation der Anlagenkapazität. Automatisch. Betriebsart der Regeneration Normal. Relays bleiben auf Off. Ebenso bleibt der interne Salzmangel-Alarm auf Off. Zur letzten Programmier-Ebene gelangt man durch Drücken und Halten der Tasten Next und Pfeil nach oben. Einstellen der Rohwasser-Härte 20. Einstellung der Verschnitt-Härte 4. Der Wert, der hier eingestellt wird, hat auf die tatsächliche Verschnitt-Härte keinen Einfluss. Er dient nur zur Kalkulation der Anlagenkapazität. Einstellen der Zwangsregeneration, empfohlen nach 7 Tagen. Und Einstellen der Uhrzeit, wann die Anlage die Regeneration durchführt. Auf der Hauptebene kann man jetzt folgende Parameter ablesen, indem man die Taste Next drückt. Einmal den aktuellen Durchfluss in Liter pro Minute und einmal die Anlagenkapazität anhand der eingestellten Rohwasser-Härte und Verschnitt-Härte, angegeben in Kubikmeter. Zum Auslösen einer sofortigen Regeneration drückt man die Taste Regen und hält sie für ca. 3 bis 4 Sekunden fest. Sobald man den Motor hört, kann man die Taste loslassen und die Regeneration wird automatisch durchgeführt. Die Anzeige Regen Today erscheint, wenn Taste Regen kurz gedrückt wird. Die Regeneration erfolgt dann zur voreingestellten Uhrzeit. Durch erneutes Drücken der Regentaste kann die Funktion wieder deaktiviert werden. Die Regen Today-Funktion und das dazugehörige Blinken erscheint auch automatisiert und ist nicht zu beachten. Es bedeutet lediglich, dass heute regeneriert wird. Die Programmierwerte für Ihren Anlagentyp entnehmen Sie bitte aus Ihrer Programmieranleitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017